Herzlich Willkommen bei einem weiteren Publishing Blog Video. Ich darf heute den Jakob bei mir haben. Der Jakob, den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Ich durfte ihn nämlich auch schon am WordCamp Europe interviewen und heute habe ich den Jakob wieder bei mir. Er ist von der Great Suite und Great hat etwas ganz cooles im Köcher, also es kommt bald. Es ist in der Beta- Version, nämlich eine eigene Variante von Full Site Editing. Full Site Editing ist ja das Projekt, was bei Gutenberg aktuell läuft, dass es darum geht, dass man Themes, also auch Header und Footer etc. mit Gutenberg bearbeiten kann. Jetzt gibt es ja ein Problem, das kennen wir alle, Jakob, ihr ja eben auch, dass das Ganze wirklich schwer ist, wenn man keinen Code kann und ihr wollt das Problem lösen und ihr wollt generell den Gutenberg besser machen, das ist so eure Mission. Erzähl doch ein bisschen was über Great und was da eure Mission ist. Ja, hallo erstmal. Danke, dass ich da sein darf. Genau. Ja, ich freue mich hierzeit zu dürfen. Wir bei Great haben uns ein bisschen, wie du schon gesagt hast, die Aufgabe gemacht, Gutenberg zu verbessern und den ganzen Prozess auch drumherum anzugreifen. Ja, was sind wir, was machen wir? Die Great Suite, also unser Produkt, die Great Suite, ist ein Tool, eine All-in-One-Suite, die auf Gutenberg auf dem Blog Editor aufbaut und die macht Dinge, ja, gibt Features rein, passt die Core-Blöcke ein bisschen an, sodass einfach Gutenberg wirklich ready ist, um komplexe Websites zu bauen, weil das ist ja out of the box unserer Meinung nach noch nicht ganz, aber wir bieten auch vieles, vieles drumherum an, was für den Vertrieb oder was für deine Website notwendig ist, Formulare, Schnittstellen, Pop-Ups, Management, automatisierte Umzüge und, und, und. Da steckt jede Menge drin, genau, und gerade basteln wir sehr an, ja, Full-Set-Editing und den Features, die damit zu tun haben. So cool. Erzähl doch noch ganz kurz über Great selber. Ihr seid in Deutschland, in München, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, ja. Genau, wie viele Leute seid ihr? Was kenne die Leute? Woher kommen die? Äh, ich glaube, äh, puh, wann sind wir, 14, 15, irgendwie so, ich kann's nicht genau sagen, wenn man jetzt dann noch Freelancer und so mitzählt, sind wir ein bisschen mehr, ähm, genau, aber sowas roundabout. Also, wir sind noch kleine Firma aus München, genau, ähm, sind, äh, ja, finanzieren uns selbst, haben so dieses Projekt gestartet, wir wollen, äh, ja, Gutenberg anpassen, wir wollen Gutenberg besser machen, wir wollen professionelle Websites bauen und, ja, daran arbeiten wir gerade und freuen uns hier so im WordPress-Kontext langsam und Pusten passen. So cool. Jetzt habt ihr ja eben dieses Full-Site-Editing-Projekt, äh, in der Beta-Version, äh, was kann das und was ergänzt hier genau den Core? Vielleicht kannst du auch gerne den Bildschirm schon teilen, wenn du magst. Genau, ich sag erst mal ein, zwei andere Dinge dazu und dann, dann teile ich auch gerne und zeig einfach mal, was ich, äh, was ich damit meine, genau. Also, ähm, was wir mit Full-Site-Editing machen, ähm, ähm, genau, also, wir hatten in der Vergangenheit, ähm, wie viele andere Themes oder auch Page-Bilder da draußen, ähm, auch Funktionen, um sowas zu tun, was Global Content, äh, was, was Full-Site-Editing jetzt heute macht, zum Beispiel eben Global Styles, also, dass globale irgendwo Styles vorgegeben wird, du deine Schriften, deine Farben einstellen kannst, aber auch eben Templates anpassen, also, du konntest bei uns auch schon immer die Single, Single-Template deiner Website anpassen, 404-Template und ganz, ganz individuell bis bestimmte Posts für bestimmte Kategorien können dann nur dann, das und das sehen dann anders aus. Ähm, das hatten wir schon immer, ähm, ist auch nichts unbedingt was Neues, was Full-Site-Editing da ja macht, aber es macht es halt jetzt in einem standardisierten Weg und, äh, wir haben grundsätzlich immer, oder wir versuchen, unsere Herangehensweise ist, wir wollen so nah, wie es geht, am Core sein und so gut es geht, darauf aufbauen, sprich, wir wollen gar keine individuelle Lösung dafür haben, sondern jetzt kommt, kam endlich der Core um die Ecke, Full-Site-Editing ist da, ähm, und wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, darauf aufzubauen, ja, und daran haben wir jetzt gearbeitet, dass wir auf diese nativen Features aufbauen, ähm, dadurch haben wir einiges modularisiert, einige Features sind gerade einfach weggefallen, weil wir, ja, die jetzt vom Core nutzen können, wir haben sie etwas erweitert, ähm, ja, weil wir finden, es fehlen noch so ein, zwei Dinge, so wie es bei Routenberg manchmal der Fall ist und deswegen erweitern wir das ein bisschen, genau, und da möglichst nah am Core. Und jetzt möchte ich einfach mal zeigen, ähm, wie das Ganze so ausschaut, genau, ich zeige einmal meinen ganzen Bildschirm. Vielleicht müssen wir noch kurz erwähnen, dass wir, äh, hoffen, dass die ZuschauerInnen ein bisschen wissen, was Full-Site-Editing ist, wenn ihr da gar nichts kennt, dann schaut doch, äh, vergangene Publishing-Blog-Beiträge an, ich verlinke euch die unten in der Infobox und kommt dann wieder zurück zu diesem Video. Genau, also Full-Site-Editing, ich sage es auch nochmal kurz in zwei Sätzen, macht im Endeffekt zwei Dinge, einmal globale Styles editierbar machen, dass du deine Farben einstellen kannst, global, und auf der anderen Seite eben, dass du die Templates in der Website, sei es eben die 404 und Single-Templates, wie ich es gerade gesagt habe, aber auch Header und Footer eben direkt selber bearbeiten kannst. Genau, und wir schauen uns jetzt, äh, einmal gerade hier diese erste Beta-Version von Full-Site-Editing an, ähm, genau, schaut auch da mal bei uns auf der Website vorbei, ihr könnt die auch testen, wir haben ein Webinar dazu gemacht, da stellen wir einmal explizit vor, was wir dort alles gemacht haben, ich zeige es jetzt einmal im Kurz-Durchlauf. So sieht die Website aus, die ist jetzt nicht besonders, es geht hier jetzt auch gar nicht um die Inhalte großartig, ihr seht hier so ein bisschen Beispiel-Content, und genau, wir haben hier die Great-Suite aktiviert, ähm, jetzt in der Theme-Beta-Version, das ist quasi unser neues Ding, was dann rauskommt, ähm, und wir können jetzt ganz normal in Full-Site-Editing hier den Editor, den Full-Site-Editing-Editor aufmachen. Genau. Das heißt, ihr habt euren eigenen, ähm, Theme-Editor eigentlich beerdigt damit? Ja, wir hatten ja in Vergangenheit, haben wir den Customizer dafür genutzt, ja, Customizer kennt sich ja auch, ähm, der ein oder andere wird ja von vielen Teams und Plugins benutzt, ähm, wir haben den Customizer dazu genutzt, alle Einstellungen wie globale Farben zu setzen, und der Customizer ist ja in Full-Site-Editing, äh, deprecated, also quasi veraltet markiert, er ist tatsächlich noch da, aber wird nicht mehr veraltet in der Regel, wenn kein Flangenes tut, ähm, und den haben wir quasi beerdigt, das, was wir damit gemacht haben, und wir machen jetzt alles in Global Styles, genau. Also, du hast hier einmal die globalen Stile, ähm, die Full-Site-Editing grundsätzlich hat, du kannst jetzt verschiedene Stil-Varianten durch, ähm, forsten, genau, kannst jetzt hier verschiedene, äh, Varianten dieses Designs eben einsetzen, und aber zurück zum Standard gehen. Ich springe jetzt aber mal, ich lade das jetzt mal neu, weil ich will hier gar nicht großartig, ähm, hier meine Style-Variations ändern, das erst mal so grundsätzlich zu Global Styles allgemein, und dann kennt man ja sicher, man hat jetzt Typografie-Optionen, man hat jetzt Farboptionen, kann seine Palette bearbeiten. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil da können wir tatsächlich nicht eingreifen an der Stelle. Ähm, ähm, WordPress, beziehungsweise Gutenberg, ähm, lässt es nicht zu, dort, ähm, Eingriffe zu machen, was ja auch in Ordnung ist, das sind quasi nur die Standard-Workflows, die man dort hat, und deswegen haben wir ein eigenes Interface, was sehr, sehr ähnlich ist, wie, ähm, die Global Styles, die man global kennt, geschaffen. Und das ist so das Great Styles Interface, ähm, und wir haben hier nochmal mehr Optionen hinzugefügt zu den globalen Stilen. Ähm, zu allererst mal Fonts, ähm, bei Fonts ist es ja so, du kannst ja in äh, Global Styles nur die Schriften, also Fonts, Entschuldigung, Schriften, nur die Schriften auswählen, die Global Styles selber, die der Beam-Autor selber zur Verfügung stellt. Und wir haben gesagt, naja, Custom-Fonts, Google-Fonts, such dir doch selber aus, was für Schriftarten du haben möchtest und stell die hier entsprechend ein. Wir haben drei quasi Varianten, viel mehr als drei Schriftarten solltest du auch in deiner Website nicht benutzen, drei Schriftfamilien. Die kannst du hier einstellen. Dann Font-Sizes. Hier kannst du die Preset-Sizes, die du später dann nur noch auswählen kannst, selber einstellen. Ähm, genau, eben Huge, Large, Medium und so weiter. Und da haben wir ein kleines Clamp-Control eingebaut, mit dem du sehr, sehr einfach deine Schriftgrößen responsiv machen kannst. Du kannst sagen, was soll minimal der Wert meiner Schriftgröße sein, was soll der präparierte Wert meiner Schriftgröße sein und der maximale Wert. Ich will jetzt hier einfach mal kurz durchgucken. Ähm, genau, dann geht's zu Headlines. Auch Headlines kannst du individuell pro Größe einstellen. Das heißt, du kannst wirklich durchgehen und sagen, okay, wie groß soll meine Headline 1 sein? Und hier sieht man eben, wir haben jetzt hier die Presets, die wir gerade quasi eingestellt haben und können jetzt die auswählen oder sagen, okay, wir wählen es jetzt individuell und setzen die H1 zum Beispiel auf 100 Pixel. Genau. Und hier so einfach kann ich meine Schriften verstellen, kann dann sagen, okay, wie soll das aussehen hier? Hier habe ich jetzt nur den Bold-Schriftschnitt geladen, deswegen macht die Font-Wate keine Auswirkung und so kann ich für jede Headline hier durchgehen und die individuell einstellen. Genau. Und wichtig war uns auch, ähm, Schaltflächen, die Buttons, Formularfelder, aber auch links anpassbar zu machen. Ähm, Global Style ist grundsätzlich, ich will es kurz zeigen, ähm, ermöglicht es ja, Buttons anzupassen. Und zwar kannst du hier Farben wählen. Du kannst sagen, was ist die Textfarbe und die Hintergrundfarbe meines Buttons. Das ist uns bei weitem nicht genug, weil zum Button gehört vielleicht ein Gradient hinten rein, da gehört eine Border drumherum, aber es gehören vor allem auch Hover-Effekte rein. Und es gehören auch verschiedene Button-Typen unserer Meinung nach in Frage. Ähm, warum? Weil man auf einer Website immer wieder, ja, zwischen Buttons wechseln, man hat meistens einen primären, sekundären, vielleicht eben noch einen alternativen Button und das haben wir eben berücksichtigt und gesagt, das wollen wir erweitern. Ähm, dementsprechend kannst du diese verschiedenen Button-Typen selber einstellen und immer eben den Standard-Stil sagen. Hier zum Beispiel Lila. Gut, will ich jetzt ändern. Ich will den Button jetzt rot haben. Mach jetzt vielleicht noch meine Border rot. Genau. Und so passe ich meine Buttons an. Ich sag dann, okay, ich will vielleicht meinen Hover-Stil auch noch anpassen. Wie sieht der jetzt aus? Genau, der ist gelb. Ich will jetzt das Hover, der vielleicht blau ist. Genau. Stell das hier mal auf blau ein. Und jetzt sieht man, so hat sich mein primärer Button geändert. Und das Gleiche kann ich für jeden Button-Typen eben tun. Ich kann auch eben, wie ihr jetzt seht, der Hover-Effekt ist jetzt nicht besonders gerade, aber ich habe jetzt hier einfach mal einen Farbverlauf als Hintergrund gemacht. Und kann jetzt hier auch einen völlig anderen Farbverlauf aufbauen und kann so meine Buttons noch individueller gestalten. Und das ist etwas, wo Gutenberg einfach noch nicht so weit ist, beziehungsweise Full-Set-Editing unserer Meinung nach, gerade in so Hover-Styles, in responsiven Styles, in unterschiedlichen Presets. Also wir sagen auch, okay, Größen sind auch wichtig bei Buttons. Ich will mal Small, Large, Large Button. Und die kann ich hier jeweils schon vordefinieren, wie die denn entsprechend aussehen. Und das Gleiche eben auch für Links. Also auch hier wieder primäre, sekundäre Links, aber auch für Formularfelder. Auch hier wieder primär, sekundär. Ihr merkt, wir haben verschiedenste Typen, die man später nur noch referenziert und dann sagt, okay, wie stelle ich denn meinen Button ein? Wie sieht das aus? Ich gehe hier rein in meinen Button und sage ganz einfach, ja, primär, sekundär, alternativ. Genau. Und so wähle ich meinen Button-Typ aus. Kann auch Link-Typen hier setzen. Und das ist einfach ein, ja, Bereich, wo wir zeigen wollen, wie wir Global Styles denken und wie wir es auch noch sinnvoll erweitern. Ein letztes Thema, was ich hier noch anschneiden will, ist das Grid. Du kannst deine Breakpoints, deine Scrids in deiner Website selber nutzen, selber einstellen, was bisher eben Theme-Autoren nur machen konnten. Hast so sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten und kannst aber auch sagen, ja, wie ist denn überhaupt mein Grid auf meiner ganzen Website? Wenn dann entsprechend auch die Grade-Blocks genutzt werden, da komme ich gleich dazu, kannst du auch sagen, okay, du hast verschiedene Breiten deiner Spalten, deiner Gruppen, die du später auswählen kannst. Genau. Du kannst dir auch die Gaps entsprechend einstellen. Ihr merkt wahrscheinlich, wenn ich das jetzt hier verstelle, genau, dann passt sich das entsprechend an. Seht jetzt hier, diese Breite hat sich verändert. Ich gebe es jetzt einfach mal ein und mache ein EM draus. Seht ihr überall auf dieser Seite wird es schon entsprechend referenziert. Genau. Und das einfach mal so als Beispiel, wie wir das angepasst haben. Und um jetzt den Bogen zu spannen, Stichwort, wir wollen immer auf den Core aufbauen. Wie haben wir das Ganze gemacht? Natürlich, wir kommen nicht in dieses Global Styles Interface rein. Dort können wir einfach programmierseitig nicht eingreifen, ohne sehr, sehr hacky zu sein. Das wollen wir aber nicht. Sprich, wir mussten unser eigenes kleines Interface dafür bauen, was sehr ähnlich ist wie das Global Styles Interface. Es gibt auch noch ein paar Anpassungssachen, die wir einfach da noch machen müssen. Aber was machen wir damit im Endeffekt? Wie wird das gespeichert und wie werden diese Stile angewendet? Diese Stile werden im Hintergrund ganz normal gespeichert, genauso wie die Global Styles, die eben WordPress selber bearbeitet, genau gleich gespeichert. Im Hintergrund wird einfach ein Datenstrang gespeichert, der alle Anpassungen hinterlegt und wir überschreiben diesen Datenstrang bzw. passen ihn an. Das heißt, was bedeutet das, was ist das Resultat daraus? Das Resultat ist, im Frontend müssen wir keinerlei Code registrieren. Klar, ganz normal wie jedes andere Team, globale Style Sheet, vielleicht ein paar Skripte, aber im Frontend selber müssen diese Styles nicht besonders gepasst werden, besonders verarbeitet werden und das nimmt eben all diese Vorteile mit, die Fullzeit Editing hat, hinsichtlich Performing, hinsichtlich PageSpeed. Wir sind nativ auf diesen Funktionen aufgebaut und es fällt uns dann auch sehr, sehr leicht, die Anpassung oder die Erweiterung, die Fullzeit Editing ganz Schritt für Schritt macht, dann zu übernehmen und in der Theme.json eben entsprechend so anzulassen. Genau. Also nur nochmal dazu, um den Bogen gespannt zu haben, wie sich dieses Global Styles Interface aus. Genau. Ich hoffe, das zeigt mal so einen groben Überblick, was da alles drin ist. Ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, genau. So sieht es im Moment aus, was die Beta-Version ist. Ihr könnt die gerne testen. Geht einfach auf unsere Website, da ist auch das Webinar entsprechend verlinkt und da könnt ihr euch das anschauen. Cool. Das werden sicher einige machen. Du hast jetzt das Theme.json erwähnt. Das wissen vielleicht auch nicht alle. Bisher kann man diese Einstellung, die ihr hier als Interface anbietet, eben nur im Code machen, eben in diesem Theme.json-File. Dazu haben wir auch mal ein Video gemacht. Ich werde es dann auch in die Infobox packen, damit die Leute auch verstehen, wie viel einfacher das tatsächlich ist über euer Theme. Plant ihr denn das Ganze auch als Plugin zu machen oder muss man dann immer das Great Theme verwenden? Genau. Sehr, sehr gute Frage. Also Stand jetzt, ich gehe jetzt hier mal raus und speichere das auch gar nicht groß, weil das sieht jetzt nicht unbedingt gut aus. Genau. Also Stand jetzt ist diese Beta-Version erstmal das reine Theme. Das Theme kommt eben mit diesen Global Styles Anpassungen mit. Und ich habe ja eingangs gesagt, die Great Suite und vor allem, wer sie auch schon kennt, weiß ja, da ist sehr, sehr viel mehr drin in der Suite als einfach nur ein kleines Theme, was ein bisschen Global Styles macht. Das ist zwar ganz hübsch, aber eigentlich sind unsere Funktionen viel, viel mehr. Und zwar gibt es dazu, ja, eine angepasste Version quasi, die dann auch entsprechend gelauncht wird, nämlich das Great Plugin. Wenn ich das jetzt mal hier aktiviere, dann sieht man erst noch nicht viel anderes. Und dieses Plugin kommt eben mit dem Theme zusammen. Man kann es nutzen, muss es aber nicht. Genauso kann man das Theme nutzen, muss es aber nicht. Und das erweitert, ja, deine Website um all die anderen Funktionen, die dir Great quasi bietet. Also dieses Theme gibt die Global Styles und grundsätzlich das Styling der Website mit. Und dieses Plugin gibt dann die ganzen Features mit, die eben in der Great Suite sonst noch drin sind. Wie zum Beispiel das Hub, die Management-Konsole in Great, mit dem du automatisch deine Websites umziehen kannst, mit einklicken. Mit Post-Types, was jetzt gerade noch in Entwicklung ist, sind Sachen wie die Blog-Erweiterungen, Formulare und Dynamic Templates, aber auch Features wie Pop-Ups, der Multi-Site-Connector, in dem du über Seiten hinweg, ja, umziehen kannst. Global Content, Template Library und, und, und. Hier ist noch einiges mehr. Das ist gerade so der aktuelle Zustand, obwohl noch nicht ganz der aktuelle, weil hier hat sich schon einiges getan. Genau, und es wird jetzt eine Kombination aus Plugin und Theme sein, wie es auch schon vorher war. Das Coole ist jetzt, dadurch, dass wir auch Full-Site-Editing-Landativ aufbauen, wird es unabhängig sein. Das heißt, du kannst jedes Ding da draußen benutzen, mit den Features, die dir Great sonst so gibt, mit den Management-Features, mit den Post-Types, den Formularen und, und, und. All das wird möglich sein mit Full-Site-Editing. Da einfach noch ein bisschen Geduld. Genau, und wenn das gelauncht ist, dann könnt ihr auch andere Themes damit verwenden. Ihr könnt das Plugin so anpassen, wie ihr wollt, weil ihr könnt jetzt hier selber eure Features an- und abschalten. Wenn ihr sie abschaltet, wird nichts von Code geladen. Es geht nicht auf eure Performance oder sonst was. Die meisten Features sind ja vor allem auch back-end-seitig aktiv. Genau, ihr könnt die einfach an- und abschalten, die Features, die ihr in der Great Suite selber braucht, und so eure eigene Great Suite quasi zusammenbauen. Cool. Wie viel Geduld brauchen wir denn dafür noch? Also, gibt es schon einen Zeitplan dafür? Ist das jetzt alles noch in der Beta-Version? Genau, also wir sammeln gerade aktuell Feedback von unseren Nutzern ein. Haben wir schon einiges bekommen. Das setzen wir dann um. Du siehst jetzt hier noch so ein paar In-Development-Hinweise. Klar, das steht jetzt noch da. Ich habe auch schon angesprochen, diese beiden Tasks sind zum Beispiel schon umgesetzt. Global Content ist tatsächlich auch schon umgesetzt. Es sind auch nur mehr oder weniger Tests, die wir dann durchführen müssen. Ein bisschen Modularisierung. Ja, und das wird sich wahrscheinlich noch ein paar Monate überlegen, ob wir noch dieses Jahr das Ganze launchen. Es kann aber auch sein, dass einfach, ja, wir kennen alle den Dezember, der wird ein bisschen chaotisch, dass es vielleicht im Januar rutscht. Das ist noch nicht ganz klar. Hängt auch vom Feedback ab, was wir bekommen und wie schnell wir da vorankommen und wann wir dann auch live gehen wollen. Also, ich denke, so ein paar Monate, bis es dann fertig ist. Ja, wahrscheinlich im Winter, also wahrscheinlich noch dieses Jahr im Winter, spätestens dann Januar, je nachdem, wie hektisch der Dezember wird. Cool. Ich bin sehr gespannt. Und ich werde es definitiv auch diversen Kunden empfehlen. Ich finde das Konzept einfach sehr cool, dass ihr immer auf den Core aufbaut. Ich denke, das garantiert auch eine gewisse Langfristigkeit und eben auch den Speed, den du auch angesprochen hast. Ich finde das mega cool. Vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Und wir werden das sicher dann auch bloggen, wenn das Ding live kommt und nicht nur in Beta. Und eben alle Links von dem Webinar, was du erwähnt hast und alle anderen Links, wie man das testen kann, werden wir in die Infobox verlinken. Und dann, ja, freuen wir uns, wenn alle Publishing-Blog-Leser auch Feedback geben. Auf jeden Fall danke, Jakob. Ich fand das mega spannend. Und ich finde es cool, was ihr macht. Vielen Dank, hast du dir die Zeit genommen. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass ich ein bisschen darüber sprechen durfte, was wir machen. Genau, freut mich. Ja, ich finde es auch spannend, wo die Reise hingeht. Auch was WordPress selber macht, weil es für uns natürlich auch eine Herausforderung ist, dann uns da wieder ein bisschen anzupassen, die neuesten Features zu übernehmen. Ja, ja, ich freue mich auf die Zukunft, was wir an Feedback auch vor allem von den Nutzern vielleicht bekommen. Ja, und dann dauert es hoffentlich nicht mehr lange und das ganze Ding ist in der Full-Send-Editing-Version live.